Domenico in Gorbatschuk und Zoltan Bokur. So, meine Herren, jetzt geht's noch um die Kirsche auf dem Seinladen. Adi, 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 Doppelbizeps. Okay, das sind unsere Sieger hier. Auf Wiederholen, Bosen. Die Jungs haben's absolut verdient, sie haben alle Stücke zu. Seitliche Brustbosen. Vorher bietet es jetzt Rückenansicht. Latissimus. Seitliche Trizeps-Pose. Bauch und Beine. Dankeschön, meine Herren. Wir wechseln einmal durch. Soll ich die Karte schon geben zum Kopieren? Ja, finde ich gut. Wir sollen ruhig mal richtig kämpfen um den Gesamtsieg. Ja, klar. Die Kirsche verdient sich keiner so umsonst. Komm, Name! Doppelbizeps. Lattissimus. Lattissimus. Seitliche Brustbose. Jawohl, Mannu! Vorher bietet es Rückenansicht. Spann die Beine, Beine, Bein, Trizeps, Bein, Trizeps. Lattissimus. Ja, sauber. Seitliche Trizeps-Pose. Bauch und Beine. Dittl. Der ist auch noch gut. Dankeschön, meine Herren. So, und ich zeige euch jetzt mal, wie wir den Saal richtig zum Kochen bringen. Folgt mir mal. Mir nach unauffällig. Und der DJ kann mal das richtiges einhämmern. In die Boxen hier. Mir nach. Kommt die Fremde runter.